getreu und fanatiker die stunde ist gekommen zweckum werden schmerzliche betreten aber nur eine wird als vom überlebenden gesicht auserwählt wieder herauskommen nach unserer bisherigen kämpfen stehen nur der wächter und die truppe des bären immer noch aufrecht lasst uns jetzt zu thomau weil sie ihren die mächtigen von den trennen die einfach nur glück hatten bist du bereit hör ihnen zu diese menge verlangt nach blut darin sind sie wie die götter wie eora selbst erhebt eine hand in richtung der zuschauer seine geste die sie mit begeisterung schreien erwidern zu den waffen meine brüder zeigt diesen herausforderungen was die stärke des bären bedeutet er gibt ein lautes brüllen von sich die das von seiner truppe einschließlich der bären aufgenommen wird die jungs und mädels waren wohl mal gar nicht so übel kippen aber jetzt sind sie der feind volle fahrt voraus weitläufer weitläufer noch ein weitläufer du bist ein druide und du bist auch ein druide würde ich mal tippen so versuchen wir dieses mal wieder unseren trick ja ok er klappt so help me ok dann mit setzen wir mal die bären ok anhoff muss ich gleich mal heilen sie verfehlen sich auch so die du kannst wieder deine avatar form wechseln du heizt dich ok so die du als konstantin ok versuch nochmal konstantin zu heilen äh seraphine äh seraphine äh seraphine waldläufer 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 Ich brenne den da mal ab. Der nervt mich gerade. Alov, du bist jetzt wieder ziemlich gesund eigentlich. So, jetzt ist der weg. Pack nochmal Bogen aus Alov. Soti, du heil dich mal. Okay, die Heilung wurde unterbrochen. Das ist nicht so gut, aber du bist auch schon tot. Gut. Als Rat geht's nicht, also zurück Gallowayne. Gedenkt für einen Moment der Truppe des Bären, die im Gedächtnis des Schmelztiegels weiterleben wird. Glückwunsch, Wächter, du hältst doch stand. Die Tradition verlangt, dass wir als nächstes bestimmen, welche der Schüler der Gesichter am stärksten sind. Ihr werdet den auserwählten Suchern und Schlechtern gegenübertreten und aus diesem Blutbad wird der größte Jäger hervorgehen. Wenn ihr bereit seid, kommuniziert mit dem Becken der Erinnerung, aber dankt zunächst zu Mabawai, dass er euch zu diesem Moment des Sieges geführt hat. Ja, das waren jetzt alle drei Kämpfe für Seeker, Slayer und Survivor. Das heißt, wir warten wieder, bis die Lebenspunkte auf Maximum sind. Und dann speichern wir nochmal hier und dann werde ich den Slayer laden und dann werden wir als Slayer die Mission bestreiten, also den Endkampf. Natürlich vorher Konstantin endlich aufleveln, aufs Maximum. Und ja, dann gucken wir, wie es danach weitergeht. So, Konstantin halt ich bitte, obwohl, das können wir eigentlich gerade lassen, weil wegen Seraphil müssten wir ja rasten. Also LP 076 Survivor speichern. Gut, das heißt, wir laden jetzt den Slayer. So, du hast einen Vorgeschmack bekommen, was die Räder von dir erwartet. Ja, ich habe bereits eine große Prüfung bestanden. Ja, das kennen wir schon. Kennen wir. Oh, wenn gar hier deine Axt. Ach, bist du einhändig oder zweihändig? Muss ich nachher gucken. Oh, hier können wir diesmal nicht fragen, ob wir mit den Gesichtern reden können. Ja, das Geschenkschweigen geht gegengenehm. Sie fliegt wieder ins Wasser. Ja. Ja, kennen wir alles. So, Axt. Waffen. Ein einhändiger Streit, Axt. Könnte ich allerdings an Konstantin binden. So, tötet 20 Feinde. Füge 30 kritische Träger mit der Waffe zu. Fehlen nur noch drei. Ich weiß gerade gar nicht, wie hoch eine sägengebundene Waffe werden kann überhaupt. Achso, ja, nochmal Rasten brauchen wir gerade nicht. Wir sind ja gut gerastet. Oh, aber Konstantin sollten wir upleveln. Überleben. Fingerfertigkeit. Und hier. Das haben wir bereits. Der Barbar schlägt auf jeden einen, der ihm beim Nachkampf einen kritischen Träger zufügt. Und zwar mit einem vollen Angriff. Oh, klingt nicht schlecht. Gut gewinnen. Der Barbar schlägt eine große, mit Wut geführte Waffe auf das Ziel, die beim Auftreten ein Feuerball explodiert. Das Ziel wird zu Boden geworfen. Nee. Nehmen wir die barbarische Vergeltung. Das klingt irgendwie am besten. Hammer vielleicht noch. Dann gucken wir uns den Kampf an. Battle Royale. Ja. Herausforderung. The Culling is complete. Die Schwächern sind bereits besiegt. Jetzt haben wir endlich die drei stärksten Meuten dieser Saison. Und jetzt werden sie kämpfen. Die Meute, die am Ende übrig bleibt, das werden die Meister der Jagd sein. Für die Ehre des Schmelztiegels im Namen von Tomamowai möge die stärkste, schnellste, klügste Beute gewinnen. Die Jagd beginnt. Die Schmelzt. Die Schmelzt. Die Schmelzt. Die Schmelzt.